Mich haben hier in Halle die historischen Bestände wirklich sehr überrascht. Es sind extrem interessante, reiche Bestände an Büchern, naturwissenschaftlichen Objekten, die für die Forschung wirklich sehr interessant sind. Vorbildlich finde ich die Interdisziplinarität, und zwar die Kooperation zwischen den verschiedenen Fächern. Und das erlebe ich hier im Forschungszentrum zur Aufklärung in Halle auch jeden Tag, wo Theologen, Philosophen, Historiker mit Philologen sprechen und gemeinsam an gemeinsamen Themen arbeiten. In einigen Ländern gibt es etwas mehr unbefristete Stellen als in Deutschland und ich würde das auch durchaus als Vorteil einschätzen wollen, weil vor allem für jüngere Wissenschaftler unbefristete Stellen einfach die Möglichkeit geben, sich in ein anspruchsvolles Thema einzuarbeiten. Auf jeden Fall, dass die Gruppe an Mitarbeitern, die ich jetzt um mich habe, so weiter bleibt. Erstens. Und zweitens, dass einige für mich sehr wichtige Forschungsprojekte sich weiterentwickeln und möglicherweise auch von Geldgebern unterstützt werden. Ein sehr wichtiges Erlebnis war mein Besuch in der Bibliothek Nationale de France, in der Handschriftenabteilung, vor circa 20 Jahren, als ich die Lesenotizen von Winkelmann zum ersten Mal gesehen habe. So eine riesige, handgeschriebene Bibliothek von circa 7000 Seiten, die dann für mich zur Grundlage meiner späteren Arbeiten über Winkelmann geworden sind. Auf jeden Fall die Saale und die Saale Ufer, dann die Altstadt mit der schönen Frauenkirche und ich würde auf jeden Fall auch die Moritzburg erwähnen wollen, wo eine sehr interessante Expressionistensammlung untergebracht ist.